Beginnen wir mit dem Aufbau des Gestells. Das Anbringen der Räder geschieht mit Hilfe eines einfachen Klicksystems und ist in weniger als einer Minute erledigt. Die verwendeten Räder sind innovative Schaumreifen mit integrierten Luftkammern. Die Luftkammern dienen der gezielten Federung der Reifen, ohne das Risiko eines Platten mit sich zu bringen. Das verwendete Material der Schaumreifen hilft außerdem, die Robustheit der Räder zu erhöhen. Um das zusammengeklappte Gestell aufzustellen, löse einfach die Transportsicherung auf der linken Seite und ziehe den Schiebegriff hoch in deine Richtung. Mit zwei weiteren Handgriffen ist das Gestell startklar. Achte hierbei darauf, dass das Gestell richtig eingerastet ist. Das Gestell gehört mit einem Gewicht von 10,2 kg inklusive den Rädern zu den leichteren Kombikinderwagen. Der Schiebebügel mit einer maximalen Höhe von 115 cm eignet sich dank des verstellbaren Schiebebügels sowohl für kleine als auch größere Eltern, Kinder und Freunde. Die Bremse befindet sich hinten mittig. Durch das Herunterdrücken des Pedals wird die Bremse betätigt. Zum Lösen der Bremse einfach die Pedale wieder hochdrücken. Die zusätzliche Sicherheitsschlaufe am Schiebegriff garantiert, dass man den Kinderwagen immer im Griff hat. Durch die großen Schaumreifen mit integrierten Luftkammern sind die Räder sehr stabil und wir dann zugleich auch bei unebenen Grund gut ab. Mit zwei Klicks kann man entscheiden, ob man die Vorderräder schwenkbar haben möchte für mehr Flexibilität in der Stadt oder doch lieber festgestellt für mehr Stabilität bei Waldspaziergängen. Des Weiteren sind die Räder mit einfachen Druckknöpfen in 0,0 ab und wieder anmutiert. Der Korb ist dank der höher gelegten Babywanne und Sportsitz sehr gut zu erreichen. Mit Hilfe der beidseitigen Knöpfe ist der Korb noch besser zu befüllen. Um den Einkauf zu schützen, haben wir eine Kordel an unseren Korb angebracht, um euer Hab und Gut vor Rausfallen und auch vor Regen zu schützen. Der Korbbezug ist mit ein paar Handgriffen komplett abnehmen und auch waschbar. Die Babywanne wird von Geburt an ca. 6 Monate lang in Benutzung sein, je nachdem, ab welchem Alter das Baby aus eigener Muskelkraft aufrecht sitzen kann oder das Maximalgewicht von 9 kg erreicht. Zu der Babywanne gehört eine Matratze mit einer Größe von 77 x 35 cm, ein abnehmbarer Kopfschutz, sowie ein Windschutz, der mit einem Reißverschluss und zwei Druckknöpfen einfach anmontiert wird. Das Sonnenverdeck mit Sonnenblende kann mit den zwei hellen Druckknöpfen nach Belieben auch heruntergeklappt werden. Die Babywanne hat sowohl im Sonnenverdeck als auch an der Wanne ein Belüftungs- oder auch Guckfenster. Diese können durch Reißverschlüsse einfach geöffnet und wieder geschlossen werden. Somit ist für eine gute Luftzirkulation gesorgt und die Kinder können die Welt besser entdecken. Kommen wir nun zum Sportsitz. Dieser ist in beide Richtungen ausrichtbar. Der Blick zu den Eltern wird insbesondere zur Eingewöhnungsphase empfohlen, um den Augenkontakt zwischen Eltern und Kind zu bewahren. Später oder für besonders entdeckungsfreudige Kinder kann der Sitz jederzeit nach vorne gerichtet werden. Wir haben insbesondere darauf geachtet, dass die Bedienbarkeit intuitiv und so einfach wie möglich ist. Der Sicherheitsbügel kann sowohl beidseitig als auch einseitig abgenommen und entsprechend gedreht werden. Sollte der Sicherheitsbügel nicht verwendet werden, dann bitte unbedingt die Sicherheitsstecker verwenden, die im Komplettpaket mit enthalten sind. Zur Absicherung des Kindes verwenden wir einen Fünfpunktgurt, welcher ganz einfach in der Höhe verstellbar ist und sich somit an die Größe des Kindes anpasst. Unsere Fußstütze ist die einzige auf dem europäischen Markt, die sowohl im Winkel als auch in der Länge verstellbar ist. Es gibt fünf verschiedene Neigungen und eine Verlängerung von bis zu fünf Zentimetern. Der Sportsitz hat drei verschiedene Sitzpositionen, die einfach mit dem Hebel der Rückenlehne ausgeräht werden können. Dabei gibt es die Position Schlafen, Lounge oder Sitzen. Auch beim Sportsitz gibt es ein Belüftungsfenster, welches ihr durch die Nutzung des Reißverschlusses öffnen könnt. Durch das Öffnen eines zusätzlichen Abschnittes gibt es eine weitere Sonnendeckerweiterung, wodurch der Kopf des Kindes noch mehr geschützt wird. Auch der Sportsitz ist natürlich für die Handwäsche komplett abnehmbar. Unser Komplettpaket umfasst einen Getränkehalter, entweder für Fläschchen oder den Kaffee to go, zwei Sonnensegel für Babywanne und Sportsitz, ein Moskitonetz, damit die Kleinen von lästigen Wespen und Mücken geschützt sind, sowie einen Regenschutz, damit auch bei nassen Tagen alles schön gemütlich und trocken bleibt. Somit sind Eltern für jede Wetter- und Lebenslage immer perfekt vorbereitet.